Fischers Fritz fischt frische Fische, frische Fische fischt Fischers Fritz. Jetzt sitzt der Fritz am Küchentische, wo er den frischen Fischer hitzt. Vom Fenster sitzt ne Mietze Katze, die ist auf Fritzens Fischenspitz, so dass sie gewitzt mit ihrer Tatze, Fritz den frischen Fisch, die willst. Die Katze ist ne Räuberische, sie schnappt sich den Fisch und entfleucht aus der Küche. Fritz ruft, wenn ich Räucherfische, wo sind meine Räucherfische? Fischers Fritzens frische Fische haben ihm leider nüscht genutzt. Die Katze sitzt verschmitzt bei Tische und frisst den Fisch mit ihren Kätz.